Das bin ich, Lotta Petermann, elf Jahre alt. Cheyenne, meine allerbeste Freundin. Wir mögen dieselben Spiele, wie zum Beispiel Beerdigungsspielen mit Cheyennes kleine Schwester Chanel. Ich will nicht mehr tot sein! Meine Mama kauft ununterbrochen die komischsten Sachen. Meine Afrikanischen Asshorn-Banane! Mein Papa, er liebt nix mehr als Ruhe, denn er ist immer krummelig. Das ist Mamas neuer Chef, Heiner Krisch nach Isup-Schutz. Sorry, Virenike von Bödecker. Ich bin hübsch, ich bin reich und bin das beliebteste Mädchen der ganzen Schule. Voll das Mobbing, ey. Und als Einzige der ganzen Schule nicht einzuladen. Alles okay. Ma-Marlon? Wir sind voll dicke mit denen. Kannst du die mal wegnehmen? Wenn ihr ihn so super kennt, könnt ihr ihn ja mitbringen zu meiner Party. Das ist manchmal auch echt voll peinlich mit dir. Und du? Du bist manchmal echt voll langweilig. Wird schon sehen, wie das ist ohne mich. Wie lange kennt ihr beide euch jetzt schon? Grummeln und nix sagen führt zu nix. Nee! Warum sollte der mit uns auf eine Party gehen? Weil wir cool sind? Ich hab nämlich alles mit meinem Handy aufgenommen. Ja. Ich habt six. Ich hab jetzt angefangen. Vielen Dank.